Hallo und willkommen zurück bei 7. Staffel 4 der 7. Folge. Was ist jetzt wieder? Ich glaube ich da gleich mal speichern. Genau. Im Grunde habe ich dafür entschlossen, da ich mir auch noch nicht so genau weiß, jetzt mit wie viel Folgen ich bei 7.4 mache. Weil das ist jetzt sicher nicht mein... Aha! Es ist zwar das erste oder schöne Sprache, was jetzt wieder angeht. Einfach hauptsächlich wegen der Mod. Nein, nicht mehr jetzt mehr. Jetzt sind sie hier so reizt. Sondern einfach hauptsächlich eben wegen der Mod. Und eben, ich mir jetzt gedacht, das ist die 7. Und ich mir gedacht, einfach, dass ich dann immer so bis in 10er Schritten mache. Also jetzt noch die Profolge mache. Also bis ich dann 10 habe. Und dann eben was anderes mache. Und dann auch ob es dann eine 2. sind Staffel. Geh mir gleich mal drauf. Oder ob ich einfach die Staffel verlängern, ne? Das weiß ich morgen dann auch heute. Oh, der ist jetzt, das ist eigentlich auch schon mal so. Ach, Chorg! Chorg! Das ist schon auf doppelt so viel Folgen. Ach, Yaog. Ja, wie bitte. so ein bisschen gass ok, ja genau passt weg, genau jetzt einmal die zweite Musik 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 Ja, super gut Ja, super gut Aber Schnell Da Musik Das ist weg Ok, naja, es ist ein Dägerböcker, dann gehen wir mal auf ins Bier, darf das kommen? Na, ok. Und ob es hier heute noch so fehlabiert, ich meine, ich will das eh Montag, Mittwoch, ich will jetzt nicht so viel Zeit, jetzt schon schnell, außer beim Wochenende, aber ich will heute noch da, ins nächste Folge, denn dann reicht man in die nächsten Folge, also vor der 10. Folge auf jeden Fall. Ich danke Ihnen, dass wir spätestens per 10. Folge da sind, dass wir uns dann quasi entscheiden können, für welche Modelagentur wir uns dann einschreien. Und die ausfällt? Das war doch komisch. So, ja, wir machen das nicht lustig. Aber irgendwie weiß ich jetzt immer, das sind wir nicht, oder? Mal genau aus dem Tempo. Ähm, na, da greift ich es wahrscheinlich wieder. Ich werde nicht Alkohol trinken können, wenn ich einmal. Ja genau. Kommt jetzt kein, warte mal, kommt kein Gärtner mehr, oder was ist das? Das wäre eigentlich schon da, oder? Aber irgendwie war jetzt nie mehr da. Ich meine, jetzt ist es ja schon zu böse, die kommen ja selber aus um 10, oder sonst noch Vormittag. Und vielen hat er das wohl auch nicht gemacht, weil die sind ja entweder schon wieder, ich weiß jetzt nicht mehr, aber ich will nicht. Aber ich will das noch nicht wahrgemacht haben, äh, aber auch wieder ein Witzböck, wenn wir jetzt nicht gemacht haben, ne. Na, und wenn du am Rundst, du kannst ja wieder ernten, oder? Das passt ja nicht. Du kannst gar nicht so ernten. Also, los, noch weiter geht's ja eh, leider. Das ist ja jetzt nicht so. Ich- Ich- Das ist eigentlich auch wohl eisbar, woß er selber seine, 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 seine Flaßen gibt, wenn er blöde geht, nein, das mit. Vielleicht brauch' mal ein paar Bafle. Dass schon, der Danto weh so, hafen wir, also den, nur auf den Bafle ein. Ich mach das gleich, ich mein, der macht das auch nicht weiss, ey, man muss schon schauen, Wir haben 5 Uhr der Bappel, äh, also, wir, wir sind 4. Ja, ich muss die Bappel erst auf ihn, äh, erst, wenn man sich zum Beispiel von, was man, 10 Uhr oder 6 Uhr, äh, Bappeln an aufwachen kann, ey. Wenn ich zum Beispiel lieber eine Frau aus Bappel, äh. Gut, sie ist dann, äh, jetzt werde ich agiert, nein, nein. Das war ein Ich weiß ja auch noch was. So, was passiert. Ich weiß jetzt auch viel mehr. Ja, er geht dann einfach langsam, wenn man das Handy in der Hand hat. Ehm, da stehe ich das Handy in der Hand verächtet. Erst muss ich sagen, ich mag euch komplette Fühle weiß, wie es ist. Ich mag fast, äh, ich mag auch deutlich viel weiß, wenn ich es noch. Ja, einfach, weil ich die Schuhgeiße sehe. Und das sagt jemand, der sehr gut sehen kann. Okay, Eppan. Okay, sie schafft es. Ja, naja, wahrscheinlich nicht, oder? Wir sind noch mehr, zwanzig, mehr, äh, zehn, mehr spielen sichern. Aber, die schafft es, eigentlich. So, du bist dabei, die Modelschule zu beenden und vor allem ist deine Ausbildung. Oh, das muss ich da für jetzt. Oh, das schlägt das. Oh, das schlägt das. Oh. Okay. Okay. Ich weiß, wie ich schon mal, äh. Ist doch Bär, nein. Ist doch wie ein Blöden-Bär-Kostüm. Kann ich dir das und ich einmal an uns empfangen,sigh, dass ich den Lauf Recogn nicht möchte? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil ich die Blöden-Kostühe nicht schlägt. Oh, das ist eigentlich auch ein Blöden-Kostühe. Ich weiß nicht, wenn ich das so- Alles ist eine Blöden-Kostütze. Es gibt auch eine Blöden-Kostühe. Da sind wir nicht geschehen. Wenn es oder wenn es... Er ist mir okay. Aber jetzt wird er noch einlegen. Ah, beführt zum Anspenden. Aber das ist super. Wie geht es? Okay, da hat er jetzt ja ein bisschen Fartog seit. Das ist gut. Ich gehe auch gerne... Ich gehe auch gerne... ...geernte oder was? Okay. Da geht's nix. Ist egal. Ich gehe auch gerne... Okay. Jetzt fängt die Party an. Der Party, go los! Don't, don't, don't. Aber warte mal. Das find's größer noch mehr. Komm mal. Da wird Matthias noch mal mit ihm draufsetzen. Genau. Er hat ja da noch optische Fälle. Und... Ich will vielleicht unten in der untersten Ding was hängen. Und da kommt man jetzt Spaghetti... ...und das Kittchen ausweig. Und da ist es... ...kirchen ausweig. Und da kommt man jetzt Spaghetti... ...und das Kittchen ausweig. Und da ist es... ...kirchen ausweig. jetzt müsste man även... ... unas Technischen nicht so schnell. Herr Präsident, stop. Haha! Ja, Zub! Pimbus! Fien Nasa! Uh-huh! Bubwa! Spongebobzul Yaga! Jongi? Zub! Growl! Feldroga Melponka! Yips! Chibaldorf ... 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 Oh, Hoxness! Oh, das ist ein Spagetta, Michalann. So, so. Was ist das denn mit der Kugel? Was ist das denn mit der Kugel? Was ist das denn? Gush if we know. Was ist denn der Typ? Nein. Entschuldigung, ich vermisse gerne. Ich habe ihn denn gefögert. Das ist der umlaufende Fleischsack bitte. Sie haben diesen Aktien. Ich gebe das Warena. Ich gebe das Waren. Wir sind das Waren. Ich habe den Foto hier. Das ist die Angst. Ah, Flurbis! Ah! Ah! Tama! Yibs! Tambra! Grana Amura! Nabaflarza! Schazzle! Dagdag! Schazzle! Ah! Exynor! Wanoosh! Naya Buya! Darboin! Doonawa! Pachyoin! Lemya! Egg! Zabba! Oh! Kijun! Baldra Amagajigorg! Una? Yes! Hm. Pachyoin! Wanoosh! Wanoosh! Wer ist denn da noch? Ich glaub mit dem aber einfach nicht mehr du lebst. Ey, du musst warten gehen! Ha! Figuna! Ha! 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 Oh! Niso! Oh! 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 Ah! Ne? So gut! PheK! 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 nicht in der Mitte zum Präsidenten gehst. Das muss so ein kleines Lanz sein. Sein Mann mit 20 Menschen von der Mehrheit bei der Wahl hat. Das muss so ein kleines Lanz sein. Das muss so sein. Leier zu sein, also eine Lanz sein, Die Lanz sein von der Mehrheit der Mehrheit Die Hübschen, die Hübschen und die Hübschen. Ah, das ist mir mit der Hand. Huh? Gumba? Typik, Psychonario! Ist das nicht so gut? So, so! Dag, dag! Warfini! Monzo! Monzo! Dvorf! Vimpa Dweeb! Vorma? Barb! Uks! Zomboskiva! Zubatube! Lavazubi! Oh! Tohtapacka! Wieso? Tien pojuzlan! Bier? Ja... U Kannji auch schon pf pneumonia hin K depending hat sie auch schon ein hysten Grau! Mioca Melponca! Oh! Jibs! Bitte, da misst er nicht herrn, da ist er noch nicht so, ob er sieht, sind wir da. Neppiekebu, Olawate, Genziba, Lanza, Maru, Oh! Grau es, Fretiché, eh? Nulitz! Ah, Issyah! Osgoop! Hm. Hm. Ich finde, ob er sich auch super gut macht, weil er sich auf Bord ist so laut, Was sollen die sonst denn? Hm. Hm. Oh. 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 Oh! Oh. 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 Unig, nur. Untertitelung. BR 2018 Da ist es so... Ja? YIPS! Uh-huh YIPS Lachs Vint Janga Jarobi Ima Im Growl Oga Melf-Panga YIPS Nova's arm Goni Glitch Glitch Lein Ye kill X GORD In G It It czenia In In Was ist das? oh shit wooo haha oh neil gahara shweibi tribs hieba kongi de flee nutch kimba yebu bujang kablo uks zombo skiba zubatube lava zubi ha 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 ah snurb fricadafuna banagir tabnaina punil baldraga ah ponka filanflarbin toby galbador kimba kimba darfi graba yadabu yish kaila koiba gasha quibs sore raduni nopsa nopsa lamida nopsa chimp nopsa 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 ee nopsa ee dork Boi! Ah! Gulak! Storn aflame! Ja, die machen Ficht und Servus. Ah! Frauen müssen sie auch wirklich schicken. Ah! Ja, die machen Ficht. Oh! Oh! Ah! Ah! Uh! Wir sollten ja eigentlich ein Ehrenhafen sein. Drum äh... Drum äh... bei dir und bei. Ja, das waren sie doch zu. Cluster, bitte. Zeig bitte. Ja. Jetzt will sie einen großen Hafen wieder. Jetzt sind wir eigentlich doch... Ah, genau. Strom, okay. Na, was haben wir jetzt? Ja. Strom. Strom. Okay, Strom. Ah, nicht. Ich will jetzt drauf suchen. Okay. Okay. Okay, die Grundstücksteuer ist so hoch. Okay. Strom ist mal Plus. Aber natürlich die Steuerungsvergünstigung, die wir natürlich durch die ganzen Solarkollektoren... ... Da habe ich euch gekriegt. Jetzt sind die schon... Wohne ich jetzt kurz. Mal, ich wollte mal schauen. Was gibt's denn eigentlich noch? So, in die Richtung. Eh, was gibt's? Was gibt's? Das ist nicht so hoch. ... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin hier schon in den Öffel. Da lassen wir auf den Ort alles. Die lassen wir jetzt noch einmal vereint haben. Die ist ja auch noch. Die sind ja auch noch ganz. Und hier sind die. Ich glaube, das ist noch nicht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen. Dann fahren wir mit den Bremsen, die ich hier befinden Sie haben. Schuh Ob es mir nichts anderes gibt, sowas wie Brunnen oder... Ich weiß noch, wie ich im Garten von meinem Kopf heute Brunnen bekommen habe. Das schaut für mich unten, das schaut eher wie Glaskorrektoren. Also Glastankhaus. Was ist das? 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 Oh, ich weiß nicht. Und diese Sitz. Untertitelung des ZDF, 2020 Und gut, da haben wir meinen Trenn-Diode schon zu helfen. Oh mein, die haben 500 Apfel. Kann man das eben wie im Bio-Benzin ummachen? Ja, mal 50. Da brauchen wir echt eben wie keine Ahnung. Oh mein, super day. 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 Jetzt kommt sie um einen. Hier darf ich um einen. Ich habe es wieder. Gelbador. Fumu. Quazaru. Das ist schon neufzund. Basique. Schwabi. Koiba. Inja. Inja. Jambi! Pongi, der fliehen Nudge! Das ist ja garantiert, dass ich das hinbekommen muss. Jetzt müssen wir eigentlich befördern, weil... ...der wäre schon... Ja, jetzt ist viel was zu tun. Ja, und jetzt... Die kann ich nicht so viel sein können. Das hat der so viel, ja. Die hat mir nicht geerntet. Ich weiß, dass ich das gar nicht geerntet hätte. Wenn man auf Gas und Fliegen kommt, dann weiß ich nicht was ernten. ...der ist ja nicht was ernten, ne. Ah, komisch hat er, oder wenn, er hat immer noch viel. Komisch. Warte mal, ist das? Warte mal schon mal. Ah, das wollte ich verstanden. Ist das vielleicht eben? Aha, das ist ein Ding. Ah, das ist ein Ding, eben da. Das ist ein Ding, das macht gut. Das ist ein Ding, das macht gut. Ja, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Oh, gut, das ist ein Ding. Das kann man dann eh. Hätte ich das vorher wusste, hätte ich damit ja auch so ein Ding. Warte mal abbiegen, warte mal. Ouh, wunderbar. Hamehche ist wieder am Ende... Es ist so gut am Ende. Der wird jetzt mit dem Redcycle noch nicht länger... das wird hier jetzt nirgeln, wirklich glässt! Immerhin kommt des eid mehr ach ج preparation durch! Wenn man eigentlich, da man ja mehr werden, kennt man mehr von, äh, was wir von mir abpumpen und das dann, äh, na, distillieren. Ha! Ha! Okay. Ja! Ja! Ah! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020